Deutschland, Februar 92. Der arbeitslose Schustergeselle René geht schwer bewaffnet und im schwarzen Kampfanzug über die polnische Grenze. Du bist zwanzig und geh weg, kein Bad. Deine Eltern sind bei der Post. Wohnst in Marzahn, das ist ziemlich hart. Hast dein Leben lang gelost. Keine Freunde, keine Mädchen. Du wärst gern bei der Polizei. Schon mit 13 bist du erst mal krank. Einsames Röcheln auf einem Baum. Skinheads verprügeln, ich denke, du wirst ein Punk. Und Kanada ist ein Traum. Wie viel kannst du noch ertragen? Wie viel mehr? Selbst ein Moped haben sie dir geklaut. Du besorgst dir zwei Gastpistolen. Bin ja Wursther von einem Freund. Du machst Kampfsport, wie Jean-Claude von Sammel. Keine Axt mehr vor dem Feind. Eine Milliardress aus dem Kaufhaus. In den Norden. Von einem Freund leist du dir ein Tritt. Mit den Schweren nach Polen. Polen. Mit den Schweren nach Polen. Deine Familie sieht sich normal. Wir wollen den Adress. Du gehst ins Bett und denkst. Morgen ist mein großer Tag. Hatscheln. Seil. Munition. Munition. Flickere. Schwert. Schwert. Pistolen und Kompassuhr. Mit dem Schweren nach Polen. Polen. Mit dem Schweren. Unruhe. Mit dem Schweren. Deine Mutter. In sonnenslos. Unruhe. Unruhe. Mit dem Schweren. Mit dem Schweren. Mit dem Schweren. Nach Polen. Unruhe. Schon 300 Meter hinter die Grenze. wird in ihm von einer folgenden Streife aufgegriffen. Ein geschöpfernd Gericht verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 15.000 Slotty, ca. 35 Mark. Er bekam seine Waffen zurück und will nach Tokio, um vom Nijameister eine Lektion zu erhalten. In gebrochenem Deutsch grüßt er seine Eltern. Macht euch keine Sorgen. Untertitelung des ZDF, 2020